herzlich willkommen zu einer neuen folge von suns of the forest wieder mit dabei der school natürlich ja natürlich ich glaube das muss ich nicht sagen ich glaube eindeutig gut dass du es aber mal machst ich würde mal sperr auf die kann die auch angeben ich habe zwar man kann zwei haben ich habe zwar im inventar wenn du einschmeißt hast du den zweiten direkt in der hand muss den separat auswählen oh ja den zweiten habe ich sofort in der hand das ist ja mega geil vielleicht schaut man dann weil aber dann mache ich mir aber auch zwei weil vielleicht ist es ja dann ach so ich habe kein kleber wieder ist es jagen vielleicht doch einfacher die taschen ich habe leute 1 2 3 4 5 tasche ich habe es auch mal aufgemacht so die frage aller fragen ist jetzt wir haben wir haben dann also wir hätten ja noch laut map 3 so höhlen eingänge und wir hätten noch zwei so sagen dir so rum blinken wollen wir zu dem nächsten rum geblinken das können wir mal gemeinsam die story weitermachen sowas in der richtung oder ja weil es eine blinke direkt bei uns das ist ja da wo wir die karte bräuchten und das nieder bei uns da bräuchte meine schaufel es ist die frage ob wir jetzt die ganzen höhlen abklappern achten drei höhlen kann man machen ich glaube man kann ich wäre schwer machen wenn wir mega fett das ist natürlich praktisch auch im fight eigentlich aber ich bin dann mein bogen es ist irgendwie ich hätte gern noch irgendwie noch ein gern einzeln mehr für waffen beim rucksack gibt es ja das nervt tierisch also ich kann jetzt haben wir krabbelten karten der schildkröte über meinen inventar und zwar fliegen das passt gar nicht mit dem 3d zu sagen das war doch gerade verpackt oder das ist irgendwie hat der heck lol voll doof das heißt so kann ich gar nicht ausrüsten aber wenn ich jetzt zu den speer so ausrüste also habe ich drei spere ich hoffe dass ich da mal so ein rea legen kann ich schaue schon nach weil ich mache das jetzt mal ausprobieren sagt wenn ich den schmeiß habe instant den nächsten sperren an der tatsache sehr nahe ist das bräuchte erstmal jetzt finde ich natürlich kein reh mehr da ist noch ein baumstamm also ich finde überall noch so bäumstamm stämme die rum flacken also wir übersehen da echt viele oder die rollen immer ins nirvana rein kann natürlich auch sein ganz kurz angst dass mein mikro nicht funktioniert hat weil ich gerade ganz kurz kein ausschlag gesehen habe aber doch doch funktionieren schon gott zu reale reale aber der reklam auch unterwegs machen wenn es ist also wir können ruhig mal richtung wo werden die nächste das norden oder auch auf sich was ist es ich glaube ich meinst ja also jetzt so in die richtung wo ich gerade gehen und das drüber nämlich die erste sondern das zweite genau aber die schnee steps die hören sich richtig gut an das könnte ich mir halt auch gut in hand shoulder vorstellen weil mir das das liegt das ist auch ganz leicht wenn du gehst das ist lauter und wenn du rennst das ist richtig und das könnte ich mir auch in hand showdown vorstellen so die steps im schnee ja das kann ich größer und das könnte auch so mit verändern zahlen vielleicht dass irgendwie paar cc so das könnte ja so maps geben wo du nicht durchkommst bei so einem fetten see und im winter ist er zugefroren das ist übrigens den see den ich von oder ist das tümpel den ich gemeint hatte ist der mittlerweile komplett zugefroren oder bricht man da irgendwann mal ein weiß nicht ob ich das auswählen hörst du das und drüber läuft dieses und ich habe gar nichts naja dann gehen wir mal hier so in die richtung aber der wasserfall existiert noch oder was wir sind unlogisch hier ist ein bildchen aber der wasserfall der ist doch da sind wir sind logisch das ist gerade so ein schneestürm weil ich sie fast gar nichts ist unterhalb vom wasser volk gefroren müsste hingehen aber ich kann nicht trinken ja ich will auch kommt rauskippen vielleicht lege ich mal den schwer weg nach so der speer ja ja das cool war ja ich ein bisschen dann haben wir hier unsere trinkt trinkquelle für den winter noch auch sehr praktisch ich überlege gerade weil da draußen offen wohl leder ist ja nicht die freundliches da wird es sind mehr nicht die freundschaft wenn schon hier flüssig gefriert gut dann würde ich jetzt wieder mich eher links halten ja ich bin schon dabei ich bin schon hardcore also ja war natürlich jetzt wasserfall wächst ist schnitt die tue leider man ok ist anscheinend nur optisches ding ist ein scheiß zusammen gelaufen ja unterwegs wir sind ein scheiß zusammen gelaufen hat dieser schneesturm der nervt im wassertempel ich bin schon da ich bin schon ja aber die lichte effekte und so ist das geil ja die ist schon gut dann muss man den lassen aber die verlangen halt dementsprechend halt da war was ein gewiss ja da vor mir weil ich habe keinen ton von dem gut dann haben wir das auch neu hatte der feil dabei gehen wir nur auf nummer sicher ich überlege was gerade ich habe gar keine rüstung mehr hast du noch rüstung ich habe mir vorhin welche gebrauchte drei stücke weil ich habe gar keine mehr noch habe ich zwar genug aber irgendein wird mir wahrscheinlich fehlen und wie ich mich kennen aber der wald der ist schon geiler wie im ersten teil oder viel dichter und viel ja viel doch realistischer habe ich das gefühl eigentlich einer der besten wälder die man so kann ausspielen muss ich sagen links halten wirst du dass man mit rechtsklick auch schlagen kann da blockt man doch ne ja genau und jetzt drückt man nur ganz schnell nach rechts also bei rechts drauf und wenn ich mit links dann auch von rechts nach links und links nach rechts hier ist auch noch nicht gefroren ist dann wohl ist aber was im wasser stelle der und der oder der und der und der und der und der frühling wieder ganz schön muss ich sagen weil ich finde im winter echt schön also ich könnte mir so vorstellen dass das eine mein lieblingsjahreszeiten wird weil es einfach echt schön ausschaut und geiles feeling ist seit wir losgegangen jetzt habe ich nicht ein rege sehen ich wollte so gesagt haben ja das ist das wir heute nach sucht sonst waren dann mal fünf stück auf dem haufen das müsste jetzt langsam das sein oder messungsprotokoll ok da ist noch ein golf was ist das drucker harz hier oder das ist unter der erde so ein punkt unter der erde aber den eingang zeigen sie dir nicht das ist ja wieder wo ich hasse so sind was markiert ist das aber unter also in einer anderen ebene ist und du eigentlich direkt drüber stehst das habe ich in far cry gehasst das hasse ich immer oder einen eingang suchen muss ja du ne hier mal kurz hier nach oben irgendwie sich hier abseilen kann und das schnee kann er fast ja kurz durch das schnee was verstecken es könnte sein ach vielleicht ist es wieder irgendwas zu zum buddeln und du siehst es einfach nicht wegen aber von einem stock das kann sein ja das könnte durchaus sein aber ganz ganz blöde frage weil ich hier eigentlich exklusives ist meinst du wenn man auf das vielleicht schießt dass das dann irgendwas frei liegt erstmal ganz soweit gedacht okay hart collected wenn man da jetzt mal mit der pistole drauf schießen hast du eine flair oder ne wir haben elektro schocker aber wir elektro schocker bitte nichts machen flair wahrscheinlich auch mehr dynamit habe ich nicht gebaut aus dem springstoff ach so ja gut man könnte kanade drauf werfen aber ich weiß nicht und das ist wirklich der da würde ich auf den sommer vielleicht warten und noch mal herkommen echt ja ja passt dann lass uns zu der hülle was war das was lieben ist zudem lieder den punkt nicht das lila wo man schon waren glaubt nicht nur das war ja da unten da werden wir auch noch gleich eine höhle oder werden kommen immer mehr höhlen sich gerade sehr schön du hast hunger da ist ein ficht gekrabbelt wenn ich schon mal hier bin trinke ich schnell was und zwar fast voll aber lieber voll ist anders wie fast voll da ist ja eigentlich absolut latte ist ob du einfach es finde ich schade eigentlich bei mir mega ruckler bei mir hat auch kaffee google ich glaube ich hab noch mal so ein dorf gefunden wenn es mich nicht ganz täuscht da war wir so ein typen mit einer goldene maske habe es gedorfen aber nicht gesehen ich habe nur den da spazieren sehen bin aber gleich zurückgelaufen ja 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 ok scheiße jetzt hat er mich gesehen kommen wir rüber aber es ist nicht der mit der golden maske also es war noch einer das heißt das zeiten dorf in dieser buche da drin ja da kommen einige schöner wasserfall übrigens aber und ein bisschen weitergelaufen ich dachte wir laufen weg es fängt wieder zum piepen an schauen wir mal ob wir da wieder schaufeln müssen oder als echt hoch da hängt einer kommen da vielleicht ist mir das wird das sein oder du kannst nicht mehr wodka flaschen nehmen das ist natürlich belastung ich kann noch eine nehmen ich überlege gerade ob ich kurz ein molly mache wieviel stoff habe ich dann ja das ist eine gute idee eigentlich mal ein paar mollys zu machen ich gehe mal hoch ich versuche mal ob ich den also ich schaue mal ob ich den abschneiden kann vielleicht wenn ich den abschneide vielleicht kannst du unten bleiben was soll scheint aber nicht so dass ich den abschneiden könnte doch 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 ohne taschenlampe das ist ein gps pilsender collectors okay ich glaube wir haben eine taschenlampe freigeschalten ja dann bleib mal da wo du wirst ich komme wieder runter aber den ganzen shit wieder runter kann ich auch unterstehen ich habe angst runter zu springen muss ich zugeben wieso kann ich eine taschenlampe mit schrottopf das ist schon an jedes batterien okay geil die überbrannt so grüß gott was hat an der gps pilsender collected eine flasche wort gewordt gewordt wo ist die taschenlampe da muss man schon vorsichtig sein hier im schnee ja wenn man noch geflaschen naja jetzt wird's weil trinken kann man die da nicht ne leider nicht ich habe auch schon mehr cool gewesen es war ein abend sind es auf abend oder sowas das einmal so ein bisschen warm wird also ich sehe gerade über uns wäre noch eine höhle bei dem anderen punkt ding da da haben wir immer unseren jagdunterstand noch mal gebaut das sieht man ja ja was ich gerade im inventar sehe ist dass wir stoff ausrüsten können ja damit kann man uns da kann man doch diese fackeln um sowas bauen sondern da tut man noch ein stecker in den roten war ja ok 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 ja stimmt er gibt es ja das ergibt vollkommen sinn so willst du in eine höhle gehen oder willst du zu demnächst ein gps pilsender gehen dann werden wir jetzt alles durch oder was gerade sind überlegt halt gerade über über die höhle zumindest gehen über uns und dann könnte man auch gerne wieder zu der kelvin ist auch da ist das nicht schön immer weiter arbeiten sollen dieser sack gesicht hat mich das alles voll ich sag's dir weil wir gerade bei der höhle sind dass du meinst wir können in die höhle gehen ja 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 das kann man ok let's go richtung stämme ja gut wenn es schon voll ist weiß ich nicht aber recht voll wenn du mach soll das andere anderen steht auch voll machen der küssen auch folgen ob der alles voll gemacht hat ohne ohne unsere unseren befehl macht pause du bist weiter gelaufen ist der fluss der schon ganz nice noch einfach was den fluss entlang laufen im winter kann ich dir gut bei den spuren daher latschen ok aber wenn ich sagen mit einem großen gestritten und sowas wird schon wieder kritisch glaube ich ja wo ist denn hier der eingang mann der ist noch genug weit weg noch weiter oben ja da muss er sein oh shit da komme ich nicht so leicht runter hier komme ich aber leicht runter also das sind tote gott sei dank der tote meine güte ich dachte schon dieses lebende leute das fände ich schon ein bisschen gruselig wenn er lebende leute werden die sind eingefroren schleuderkollekt das hätte ich nicht gesehen schleuder ist hier beim buchen jetzt liegt da nicht sie ist nicht dein schleuders umspiel da ist die schleude ach ist er vielleicht hier drin einem schwarzen koffer glaube ich da hat man wahrscheinlich so mini steine eier mit dem klein aber ja das ist die falsche lol was ist mit der passiert ist die kann man ja wiederbeleben hallo ich habe getroffen oder habe ich auch offen bin mir nicht sicher wie zielbar mit dem ding nein ich habe keine steine mehr 20 steine verballert mann er ist doch in die andere richtung gelaufen treffe ich den ich bin mir gerade so unsicher bin mir gerade nicht sicher ob ich den treffen ich habe das gefühl meine freunde die ganze zeit niederzustrecken soll ich habe ein volle blut sie ist und ich weiß nicht irgendwie diese schleuder ja mal gucken vielleicht bei größeren gegnern oder sowas die mich gerade in der gegend rum hoppen die schleudere meine fremd da haben wir die schleuders feiere ich ein bisschen dann lasst uns mal rein gehen ja muss man ganz kurz was gucken ich nehme zuerst mal aus ja nicht das messer die mochete ja genau die ruckler aha nichts ich hoffe bis du bist ja ja aber das ist von haus aus hier relativ hell also eigentlich nur das ist ein rutsche das sind sei gespannt ach so und da wird man jetzt wahrscheinlich irgendwas brauchen scheiße weil ja das ergibt sind und ist doch was ja da ist doch was ein wasser wasser lufttank kollektor kann man ja irgendwo tauchen oder was das wäre jetzt krass gewesen wenn das ein eingang gewesen wäre mir ist kalt grad ja hier kommen wir eindeutig nicht weiter na gut dann müssen wir schon mal bei der höhle brauchen wir irgendwas irgendwas dann gehen wir halt durch na gut dann war mir hier auch schon mal ja ich komme hier nicht raus lol ja ich glaube du hast mich gerade voll geblockt ich habe hier mal ein lagerfeuer ich mache mal ein feuer auf dem eis ja ist zwar nicht so klug aber hey immer mal wieder was neues lol unsere freunde sind auch gleich mit am start das habe ich gar nicht gesehen das schwimmen buffert immer ok Skull ja UBS tut glaube ich auch ein bisschen rumspackeln das ist ja super ist immer wieder typisch für uns yo sehr schön ja du musst wissen vorhin ist irgendwie mal ganz kurz irgendwie sind und mal hat sie verabschiedet und vielleicht sind es noch ein bisschen die nachwählen das ist natürlich jetzt ungut sorry das ist natürlich scheiße jetzt dass das hier rum also diese folie ausbreiten es mag mein mag mein mag das game überhaupt nicht äh 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 das uns aber nicht angegriffen hat da steht direkt neben mir alter fuck ja mach ich das so so viel zu meiner rüstung kleiner schocker gekriegt von mir ich weiß nicht ob das schaden macht aber das tat weh ich bin fast tot ich überlasse dir den mal jo metro train es ist natürlich doof wenn das streaming ein bisschen puffert aber auch falls du trotzdem bock drauf hättest äh uns bei sons of the frost zuzugucken und wenn der stream einfach grad nicht klappt mit ich höre ich nachte auch alles auf youtube hoch auf oder ist noch π das lur�� wer killt der andere kaputt und was so da hinten ist noch einer haben gestand da ist dann aber nicht lange habe ich das gefühl ja so normalerweise läuft es gut so viel kann man verraten aber ich bin so leid das ist jetzt so dass welchen ruhe lass mich in ruhe ich sagst du bist ich das stück jetzt nicht alle mann der rum und schlag der sassi der haut richtig danke lebt er noch ok kelvin ist wieder da jawoll jetzt ist er tot endlich okay erst bei dem oder wie ein moment ich sehe es eh nicht wo ist eh wo ist eh also ich hab's eh ja ich auch 3 2 1 go das machen wir zeitgleich weil dann kriegt jeder die rüstung wenn es eine zuerst machen dann der andere da kann es sein dass der andere keine rüstung mehr bekommen mutanten rüstung da krieg ich kein e zusammen da ist noch ein fisch normal oder aber ich krieg kein ehe hast du hier krieg hier oder hast du da schon geholt es kann sein ja es kann sein so gut ja sorry da habe ich nicht nachgebracht der legt sich voll ans feuer der liegt in meiner unter schlüpft der kleine kleine schlawiner du genau mal weg ich machen danke die speichern und schlafen und schlafen ich überlege jetzt gerade meinst du es bringt was wenn ich den stream kurz beende nochmal neu start ich habe absolut keine idee heißt ich probiere es mal wie es noch mal aus also ich bin immer kurz und bin gleich wieder da das drehen so ich fange sagen wir noch mal an nur auf meinen ich habe schmetterling auf man da macht wie süß hier in einem bett schläft ja das machen wir irgendwie regelmäßig man muss ja sich wärmen und warm halten also ich bin mir nicht sicher aber ich glaube es hat sogar eventuell was gebracht den neu zu starten ja dann das neu starten hat etwas gebracht dann hätte ich mal von der mädchen wenn sie sagen das was gemacht hat so laut obs sollte es was gut zum hänke dass dieses scheiß reden hungrig durstig was kann ich da hinten trinken das ist unsere freundin was 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 sie zeigt auf dem monster zeigt irgendwohin also ein fisch habe ich gerade gekillt naja so lassen wir mal kurz auf die mädchen und gut als in der höhle kommen wir noch nicht eigentlich können wir direkt weil das mehrere achtung 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 wollen wir dann zu dem gps ck wo wir uns ganz am anfang in das neu ist das neu ist wie ich bin sie dir oh was ist das denn für mich ich weiß das nicht ja ich mag das nicht wenn sich so bewegt wie eine spinne aber du bleibst nicht was zum hänke ist das für ein pie das machst du schon ich erst mal weil ich muss was essen hilft nichts ja ich sollte auch was ist erst jetzt aus meinem deal aus meiner reserven das ist jetzt sehr schlecht wenn du trug bist alle immer diese one hits holy shit nein echt jetzt ja ich wollte gerade mich heilen oh man hat es wer moin hey hallöchen woher kommt dieses hey aber das ist so geschrieben von der forrest okay ja ich glaube wir müssen ja ja bin ich schon ich schneide mich kann ab und dann versuche ich mein zweck zu holen um sowieso ich denn da zu killen der neben mir steht schauen wir mal ob man das sind mehr reich wird ein lot gut not gut wo ist mein zeug wo ist mein zeug das musik naja du bist im gleichen shop das ist ja schön das ist ja so schwer wenn du einmal tot bist dann ist es ja fast gefühlt gar keine schnitte gar das stream faktor nicht jetzt oder doch naja das leben ist ja es will einfach nicht so eine scheiße okay ich bin noch mal ein neues bauen ist ja jetzt weil das ist gerade schon über euch gibt es ziemlich speck kann es sein oder ist es beim leser das braucht ja länger bis aufhebt das ist natürlich naja tatsache also ich schneide mich bist du bist du bist du bist du bist du ich bleib doch mal hängen bis du hast du die praktik in das seit der für eine waffe in der hand ich habe kam es in irgendwelchen komischen ruten aber ich habe es ja nicht gut im griff und du dich jetzt mal fresh direkt vor mir ist aber einer also so gleich ist einer weniger so eine ist weniger jetzt durch mich befragt dann kommt der von mir aber die lernen einfach nicht aus ihren fehlern die tun es jedes mal wieder an diesen gleichen balken mit messer und befestigen ist einfach so komme er pläne schnelle naja habe ihn sehr gut jetzt kann man hier mal ein bisschen lupen eigentlich ist ganz gut und weil das bohrt ja schon da kann man relativ gut gut eigentlich musik macht daran sehr nice gute stimmung er hat es stimmt aber ich sehe schon wieder dass das auf youtube und überall gesperrt wird wegen der kapuzenpullover und eigentlich jetzt auseinanderbau näher haben wir mal kapuzenpullover so ich würde mal aber ich bist ja noch mehr bist du basteln mit knochen weil ich einfach echt am arsch bin 24 zeil war es und kleber oder kleber ist bei mir größte mangelware muss ich zugeben ja fragen so wo sind wir eigentlich gelandet naja ok da da ist die bühne hinten ort stimmen und aber gut dann gehen wir zum nächsten paltz oder wie ich sagen oder ich glaube ich nehme ein medic weil nutzen so fast irgendwie verriebe ich glaube ich vorher bin leider nichts ne ich hab's auch schon probiert was muss man jetzt überhaupt da der hoch meinst du dort wo und mir mal unser haus gebaut haben oder genau das ist verstanden weil sie das blinkende ding oder meins ist das lila ding das blinkende da wo man also eigentlich unser startpunkt ja aber da müsste er glaube ich auch eine höhle gewesen sein was schauen ob wir da überhaupt weiterkommen ok probieren wir mal aus let's go aber ich würde eigentlich bevor wir da hingehen vielleicht mal die folge beenden und direkt eine neue starten weil hier auf diesen stein genau kurz für euch als info wir nehmen parallel auch bis auf also nicht wundern immer nur so fünf minuten naja da ist ein fetter typ wo wir mich beeilen mit die aufnahme ok dann nur guter glückchen okay 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 vielleicht ein schlechtèn bisschen ok 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 mag man gleich nochmal members Ja, wahrscheinlich einfach nur ein Ziel oder sowas. Na gut, dann jetzt aber wirklich danke fürs Zuschauen auf YouTube und bis zur nächsten Folge. Tschau.